Von Chris Kindl, da komm ich her und ich muss euch sagen, es jazzt schon sehr. Fürchtet euch nicht, mit Jazz aus Chris Kindl durch den Advent von und mit Siegfried Fahraud. Grüß euch! Heute ist das 17. Dezember und das ist eine Woche vor Weihnachten. Also ihr habt noch eine Woche Zeit, um die Geschenke zu besorgen für eure Liebsten. Und wenn ihr gerade nicht wisst, was ihr besorgen wollt, wie wäre es denn mit diesen Noten zum Beispiel? Die Einzelausgabe, das heißt ein Stück, kostet 3,95 Euro. Wenn jemand alle 24 Stücke kaufen möchte, in einem Buch oder auch herunterladen möchte, dann kostet das 34,95 Euro. Nur in dieser Saison. Nicht vergessen, es sind 24 Liga. Wer Interesse hätte auch für Arrangements, zum Beispiel für einen Chor oder für eine Band, kann man natürlich auch gerne anfragen unter siegi.hausdermusik-fahraud.at So, wer uns sonst unterstützen möchte, gibt es auch eine Möglichkeit unter Come to Fahraud. Auf unserer Homepage www.hausdermusik-fahraud.at Könnt ihr euch informieren, wie eine Unterstützung möglich wäre. Durch einen monatlichen Beitrag, den ihr festlegt, wie hoch das sein soll. Und man bekommt dann bestimmte Verkünstigungen, zum Beispiel für Raummieten oder für die Teilnahme bei Workshops. Unter anderem. So, das ist ja nun genug der Werbung. Es geht jetzt zum Stück. Süßer die Glocken nie klingen. Oder wie es bei mir heißt. Süßer die Glocken nie rocken. Melodie ist aus Thüringen. Den Text schrieb Friedrich Wilhelm Kritzinger. Und ich verwende in diesem Fall nur die Technik der Veränderung des Rhythmus und Spannungstöne und speziell eine Klaviertechnik. Ich spiele den Grundton. Dann spiele ich die Guyton-Voicings vom Akkord. Dann spiele ich meistens die Quint des Akkordes. Und mit diesem Rhythmus. Ja, mit diesem Rhythmus begleite ich das Lied. So, aber jetzt geht es los mit Süßer die Glocken nie klingen. Und mit diesem Rhythmus begleite ich das Lied. 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 Untertitelung des ZDF, 2020